Hallo und herzlich willkommen zu Blacks Playtest, The Bureau XCOM Declassified Folge 14 und weiter geht's, wir haben den Auftrag, den Kollegen da vorne zu verhören, das werden wir jetzt mal unternehmen. Es gibt Dinge in der Hand. Ich würde sagen, es geht ziemlich gut. Wir können mehr dieser Art Optimismus nutzen. Wirklich, Herr? Es scheint, Sie haben Dinge in der Hand hier. In der Basis, vielleicht. Aber die meisten dieser Leute haben nicht gesehen, was es in der Bühne ist. Jetzt sind sie noch bereit, um zu sein und zu kicken zu sein. Aber wenn es sich in der Bühne wird, dann brauchen sie jemanden, der kann ein Schmerzen auf ihren Gesicht. Wie ist der Infiltrator? Der Infiltrator war, um als ein Brigg und ein Lab zu sein, also er ist gut enthalten. Nicht, dass er versucht, um zu rauszukommen. Du denkst, dass er etwas planiert hat? Ich kann nicht sagen, wie sicher. Any anderen Schmerzen, ja, aber... Daher haben sie den Kontrollen aus seinem Kopf genommen, er ist ein anderer Mensch. Oder ich würde sagen, ein anderer Mensch. Wie viel Falk vertraust? Ich vertraue ihn mit meinem Leben, Herr. Wenn es er nicht für ihn und seine Team gewesen wäre, dann wäre ich da draußen. Du sagst, dass du von außerhalb von Louisville bist bist? Ja, Herr. Fort Knox in particular. Agent De Silva und seine Team waren etwas von High-Value-Storage. Und ich dachte, sie waren Looters. Das könnte gut sein. Nicht wirklich. Ich weiß nicht über dich, aber ich frage Fragen bevor ich anfangen. Sie waren nur zu glücklich, um mich zurück zu bringen. Als sie sicher waren, dass ich ein Mensch war. Wie genau sie das tun haben? Wie genau das? Wie bei Reds checken. Sie singen die Star-Spangled-Banner. Sie fragen, was in der letzten Episode von Captain Thunderclap ist. Und so weiter und so weiter. Das ist alles. Danke, Herr. Schönen Glückwunsch. So, dann fangen wir an mit dem Verhör. Du bist so gegangen. Los geht's. Ich sehe, dass du auf den Verhör. Du bist zu spielen? Diesen kann nicht mehr in den Verhör. Die Systeme wurden von deinen Wissenschaftlern verhörtert. Ja. Glöte alles, was du möchtest, über deine Technologie superior zu haben, während wir dich mit einem Schraub mit einer Rope haben. Du möchtest eine Rehör für deinen fellow Warrior? Geh, bitte. Es geht's. Nichts, was du machen, wird die Zujari verhörter. Wir werden ein Verhörter in deinem Haus. Dann werden wir uns da helfen. Eine Counter-Invasion. Ha! The more you resist Mosaic, the more you will bring death to your world. You think you have seen our strength? This is just an expeditionary force, preparing the way for our armies. We will destroy you. We'll see about that. It's simple. You will join our empire, or you will die. For us, there are no other choices. Our white coats say there's been a change in your attitude ever since they yanked this device out of your head. I wanna know what the hell it is. It is many things. A shield. A beacon. A beacon. Our focus. It is Mosaic. Without it we are... I am. Alone. Unsure. Impure of thought. What exactly is Mosaic? You would think of it as a broadcast. A network. Each of us are connected to it. It unites us. That's how you receive your orders. Our orders. Our faith. Mosaic delivers truth. Or perhaps what Origen decides is the truth. Why don't you just do yourself a favor? Just talk straight to me and tell me about this Origen. Maybe we can help you. You are more civilized than would be expected for such divided creatures. It is not a weakness. Nothing is as I thought. Nothing is as Origen told us. Listen. I am fighting for the survival of my entire race here. Give me something to work with. Or you will find out what I am willing to do for my world. You have already seen what we are willing to do for our own dying world. What Origen has forced us to do for our world. Forced me to do to other worlds. You don't have to let Origen control you. Tell us how to stop him and you can be free. We can destroy Mosaic. You can all be free. Yes, but Mosaic cannot be destroyed. Mosaic is not a single place. Not a solid thing. And soon it will consume your people as it has so many. As it did mine. Fine. Tell them where we are. This is a foolish decision. Mosaic will know our location immediately. Origen will see that you all die. They'll come finish off XCOM, you'll return a hero. Go on. Join the inevitable. No. I cannot go back. Not anymore. Then help us fight it. If we win, we can find a way to help the rest of your people. Very well, William Carter. You win. To survive the crossing, you will need an instrument that can recalibrate quantum structures. Dr. Weir should be able to make sense of that. I hope for your sake he does. But such a device can be acquired only from one of our ships, which can be found at one of our docking stations near Vengate. It would not be possible to replicate it with human technology. Thank you. We won't forget your help. So, Nice Cop hat hier was gebracht. Und... Kannst mal umsehen. Okay. Hier schläft er. Hier wird er gebracht. Und ich hänge fast wieder fest. Nice work in there, Carter. I bet the director will tell you that himself. Was he watching? You even have to ask that question? He's waiting for you in Ops. Just a sec, Carter. You know the drill. Wait. What the hell? There's something in there. It's in the vents. Get in, Carter. Quick thinking, Carter. I'll start a flush of the whole decontamination system now. Carter, are you okay? Looks like I've found the first of Heimrich's blobs. You gotta get in his blob. Well, that's in his chest. Yeah. Yeah. It's in Spok. That was in the lamp. Okay. That's cool. So, weiter geht's. Wo ist Fog? Der ist da oben unterwegs. Da ist eine neue Tür offen. Schön, neue Tür. Ach, blöder Scheiss, komm. Ich hoffe, du hast die Hände verpasst. So. Geil. Die Texte sind so geil. Also das ist wirklich schön mit... Schön gemachte Basis. Immer wieder Türen, die aufgemacht werden, wenn es weiter gebaut wird. Boah, das macht Spaß hier. Da ist eine neue Tür. Aber erstmal gucke ich mal hier, was hier abgeht. Da ist der Schäffe, da ist das Mädchen. Was will die denn von mir? Niemand könnte es hören, und ich habe es zu lange überrascht, um es zu verraten. Du hast den Anruf von der Anruf? Ja. Der Schäffe hat Nils gebetet. Du warst zu viel auf ihn. Das ist warum sie nicht lässt du ihn verraten. Er kann uns nicht mehr sagen, wenn er tot ist. Er hat uns nicht mehr sagen, wie es ist. Er hat uns genug gesagt, um den nächsten Schritt herauszufinden. Das ist alles wir brauchen für jetzt. Mit any luck, the old man will let me have the next shot at him. Is Falk getting too paranoid? Well, now. That depends. Depends on what? Whether or not Falk's listening right now. I'm going to get some answers. Good luck. Carter, good work in there. I'm honestly surprised you kept your cool. Thanks. But I gotta admit, I still wanna take his hat off after what he did to Nils. So I take it, you didn't actually just offer a new Homeworld to an entire planet full of Aliens? Well, see if it comes to that. But I never made any promises. Now, I've been discussing the information you extracted with Dr. Weir. Any clue where we can find one of those interdimensional things he was talking about? The doctor calls it a phase plotter. And we know that there's an outsider docking tower near a town called Vita Buena in New Mexico. Da Silva's team reported it when they were investigating sleepwalkers in the area. Command tower in a town full of sleepwalkers. I don't like the sound of that. What's the connection? Da Silva's team attempted to infiltrate the structure to find out. But the last report we heard from them was two days ago. What the hell, Falk? Da Silva goes missing and you're just telling me now. Calm down, Carter. We have reason to believe that he's still alive. But he's deep in enemy territory and unable to broadcast. Link up with him and his team. Then you will all escort Dr. Weir through the command tower and secure the phase plotter. Why are we putting the doctor back in danger? Weir is the only one who understands how the enemy gates work. He's the only one with any insight into how their systems might operate. And no time to train a field specialist, right? Precisely. Keep Dr. Weir safe. He's far too valuable to lose. What was Da Silva doing up there anyway? He was assigned to gather intel on the outsiders' gates for Dr. Weir's benefit. And now we're going there to get one of these gadgets. What aren't you telling me about this place? Vida Buena is an outsider transport hub. Ships coming and going from one of those gates 24 hours a day. So the best chance we have of getting a phase plotter? Is the place swarming with enemies. Yes. You think we can trust the outsider? He seemed pretty shaken up. If we learned anything from your encounter with this Lawrence, it's that the real problem is their mosaic. You think they'll all just switch off and we take out mosaic? I wouldn't bet on it. But as it seems to be their communications network, destroying it would give us a serious edge. Can't ask for much more than that. All right. That's all I need. I'll have senior ops informed Dr. Weir that you're ready to go. Carter. Yes, sir. Good luck out there. Yes, sir. So. Kurz mal wieder hier. Foto. Kenn ich schon. Und die Tür, die neue. Wollte ich mir auch noch angucken. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier geht's den Kram. Ah, hier suchen wir die Blobs. Holy Jesus! Get that thing out of here! Ah, come on Carter! Get it! Ah! 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 Liegen! And here I thought I had a nice, quiet desk job. Möchmann? One more? Ah! And now I thought I had a nice, quiet, desk job. Möchmann? Hehehe! Wow. Was haben wir? Das weiß ich jetzt wohl. Nichts neues. Gut, dann wäre das hier erledigt. Gehen wir auch nochmal zurück zum Dr. Heinrich. Weiß. We're coming through again, Carter? You ever think of just installing a turnstile, maybe charging a toll? Nette Texte. Machen Spaß. So, gehen wir dem Kollegen Bescheid geben, dass wir was gut ist. Ich hoffe, du bist in der Zukunft besser, Doktor. Ja, ja, natürlich. Und für deine Diskretung, vielleicht wird das von dir auswendig sein. Dispatch-Mission. Was ist denn das? Jetzt kann ich mal angucken, was zur Hölle ist eine Dispatch-Mission. So, you can't attend every threat yourself, but in some cases, you can dispatch agents to assist. On these Dispatch-Missions, they will earn valuable experience and may find new equipment or even other experienced agents. However, they won't be available in the field while dispatched, so select your squads wisely. Erstmal Agent Management. Meine zwei behalte ich mal. Und ich muss erstmal hier Equipment sortieren. So, der Scatter-Laser taugt mir nicht. Ich brauche ein Laser-SMG. Und ein M14 wieder, weil ich noch keine Laser-Shotgun habe. So, Equip. Dann gibt es hier eine Optimum? Nee, keine Alternative. Und das ist auch gut so. Aber ob hier ist ein Pack. Ich werde damit durch. Dann kommt Coleman, der Sniper. Kann ich dem App-Pack geben? Nee, das ist alles gut. Gut. Äh, nochmal zurück. Mein Kollege Fowlay. Equipment. Der Scatter-Laser ist ein Albtraum. Wir probieren es mit... Ach, der kann nur diese Art von Waffe. Das ist jetzt sehr schade. Ah, egal. Gut, dann bleibt er halt beim Scatter-Laser. Okay, da gibt es das nächste Auflage 4. Oh Gott, oh Gott, das dauert ja bis dahin. So, dann holen wir uns mal noch den Kollege. Wird ausgerüstet jetzt noch flott. Hm. Close-Range nehmen, aber das hier mal. Und auch hier ein Armour-Piercer-Pack. Und... Und... Smith. Und... Das hier. Und auch ein Armour-Piercer-Pack. Und die beiden schicke ich mal in der Gegend rum. Und ich rekrutiere mal neue Agenten. Und zwar... Hier alle 4 neu. Und zwar... Und... 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 Und der Pressure hört sich gut an, so, der kriegt das Sharpshooter-Pack. Confirm, randomize all, wo könnte es hier stimmen aus? Glieler, lieber Himmel. Ja, das geht noch. So. Da hätten wir einen neuen. Okay. Shannon. Und noch einen Engineer. Ja. Hier. Das hört sich doch gut an. Der kriegt jetzt als erstes mal den Scatterlaser und auch das Armor-Piercer-Pack. Ja, Customization ist okay. Recruit. Yes. Shannon und die Pesa. Und da sieht die richtig aus. Shannon und Smith schicke ich mal raus. So, die Jungs sind ziemlich... So, Mission of Selection. Mission of Plex T7. Five. Seven. Mother-Jung. Light-Fitter. Hm. Fimber. Okay. Ach, probieren wir das nochmal. Und gehen da direkt mal mit... ...hack da rein. Und noch einer. Smith. Ach, ah, da kann ich ganz viel reinpacken. Schön. Die Pese. Ah! Na dann muss ich mal noch ein bisschen... ...hier managen. Ich hab noch zwei Recruitment Slots offen. Recruit New Agent. Viel bleibt mir ja nicht mehr übrig. So, confirm equipment. Randomize all. Passed. Recruit. Yes. Und. ... 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 Damit das überhaupt möglich wird. Ah! Das muss genau passen in das Level. Okay. Gut, dann sind die 5 jetzt durch. Und ich suche mir eine Mission aus. Major Operations. So, aber ich wollte jetzt eigentlich mal gucken. Was weiß ich hier noch. Na dann recoveren wir mal dieses Artefakt. Aber bevor wir da losgehen. Beziehungsweise wir starten die Mission. So. Und dann noch einen Cut. So, ja. Ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich natürlich über... Daumen hoch. Kommentare. So, dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Amos. Amos